Zeit gegrüßt, liebe Serien-Junkies. Hammernde Techno-Beats, Sex, Drugs und Mord. Die neue deutsche Amazon-Serie Read verknüpft die ekstatische Berliner Club-Szene mit dem Thema Organraub. Was euch ab dem 9. November alles in diesem packenden Crime-Thriller erwartet, welche Schauspieler mit am Start sind und ob sich die Serie für euch lohnt, das verraten wir euch nach dem Trailer. Gott ist böse, denn es steht geschrieben, dass er uns aus seinem Ebenbild geschaffen hat. Das Böse ist dem Guten schon angelegt. Schmäh. Beat ist einer der angesagtesten Promoter der Berliner Techno-Szene. Glauben Sie mir, der Junge ist perfekt für jeden Geheimdienst von unschätzbarem Wert. Beat ist ein Wunscherfüller. Was wollt ihr von mir? Du kennst die Siener, du bist ein Insider. Ich soll Leute ausspionieren, das mache ich nicht. Nicht irgendwelche Leute. Philipp Vossberg. Vossberg wird der international organisierten Kriminalität zugeordnet. International organisierte Kriminalität. Und das ist ungefährlich. Die Menschheit ist aufgebrochen. Heute schreien die Menschen nach anderen Artikeln. Und was dann? Wir liefern. Und nun ein Lied. Ich wollte immer dein Freund sein. Aber jetzt weiß ich es. Wir können nicht nur gut sein. Beat. Vollgepumpt mit Koks tänzelt Robert Schlag, den alle nur unter seinem Künstlernamen Beat kennen, federleicht durch einen verrauchten Techno-Schuppen mitten im Berliner Bezirk Kreuzberg. Er ist zwar in Anführungszeichen nur Promoter des fiktiven Clubs so nah, hat diesen allerdings gemeinsam mit dessen Eigentümer und zugleich bestem Freund Paul zusammen aufgebaut. Gleich zu Beginn begleiten wir den Underground-Party-Löwen fast drei Minuten lang in einer mitreißenden Sequenz vorbei an kahlen Wänden des Gemäuers, hinein in ein stroboskopisches Kumorra aus Sex, Drugs und natürlich permanent hämmernden Techno-Beats. Doch dann wird diese zügellose Enthemdheit mit einem Schlag unterbrochen und das feiernde Partyvolk unsanft aus seiner Trance gerissen. Die Musik verstummt nämlich, das Licht geht an und, nicht erschrecken, von der Decke baumeln zwei Leichen. Bei diesen handelt es sich um zwei Flüchtlinge, die fein säuberlich für den illegalen Organhandel ausgeschlachtet wurden. Doch dieser Doppelmord ist nur der Auftakt zu einer atemberaubenden Hetzjagd durch die Hauptstadt und das sorglose Leben von Beat, ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, gerät von nun an komplett aus den Fugen. So wird er nämlich kurz darauf von der europäischen Geheimdienstorganisation European Security Intelligence, kurz ESI, kontaktiert, die ihn als V-Mann gewinnen will. Und zwar hat Clubbesitzer Paul aus finanzieller Not heraus einen stillen Teilhaber namens Philipp Fossberg mit ins Boot geholt und genau um diesen geht es den Ermittlern auch. Denn Fossberg kauft sich nämlich äußerst gern in fremde Unternehmen ein, um dort seine kriminellen Machenschaften ungestört ausüben zu können. So steht er unter anderem im Verdacht, tief in den illegalen Waffenhandel verstrickt zu sein. Der Club im Weltkriegsbunker dient ihm dabei quasi als abhörsichere Besprechungszentrale. Um Paul letztendlich schützen zu können, willigt er aufgrund der jüngsten Ereignisse immer noch unter Schock stehende Beat, schließlich ein, Fossberg von nun an auszuspionieren. Dass dies für ihn und sein Umfeld mit erheblichen Risiken für Leib und Leben verknüpft ist, erklärt sich an dieser Stelle natürlich von selbst. Und so wird Beat auf schmerzhafte Art und Weise bewusst, wie zerbrechlich die scheinbar friedliche und freiheitliche Clubwelt eigentlich ist. Und überhaupt ist in Beat nichts Friede, Freude, Eierkuchen, stattdessen regieren in diesem harten Crime-Thriller vorrangig Waffen, Gewalt, Skrupellosigkeit und damit zusammengefasst, menschliche Abgründe. Die Serie ist also definitiv kein verfilmtes Tomorrowland-Festival, sondern eher wie ein extrem übler LSD-Trip. Die Musik wird hier vielmehr zum Begleiter einer mysteriösen Reise in eine Welt, in der schlussendlich das Leben keiner ihrer Protagonisten mehr sicher zu sein scheint. Der Kontrast zwischen der Welt des Clubs und den Flüchtlingen als lebende Organbanken ist an sich schon groß genug, die Geschichte von Beat geht an Komplexität aber noch weit darüber hinaus. Und auch der Cast kann sich mehr als sehen lassen. Das absolute Highlight dabei bildet ganz sicher der grandios aufspielende Janis Niewöhner, der als Hauptfigur Beat wunderbar abgefuckt durch die sieben Folgen taumelt. Bösewicht Vosberg wird gewohnt souverän verkörpert von Alexander Fehling. Auf der anderen Seite des Gesetze stehen TV-Kriminalist Christian Berkel und Fuck-You-Goethe-Star Caroline Herford, die in der Serie für den europäischen Geheimdienst arbeiten. Außerdem hervorzuheben ist Kostja Ullmann, der einen herrlich freakigen Schlager-Fan verkörpert. Eine weitere wichtige Hauptrolle in der Serie spielt Berlin, wobei hier auf die Geografie wenig Rücksicht genommen wird. So hat gerade Beat den Kreuzberger Club erst verlassen, als er schon über die Röntgenbrücke in Charlottenburg läuft. Wild wird hier von einer Location zur nächsten gesprungen, von der U-Bahn-Station zum Amtsgericht und von Kotti zu den Hackischen Höfen. Trotzdem ist Beat in unseren Augen zumindest eine der besten Berlin-Serien nach dem Angesicht des Verbrechens. Zwar will die rasante Serie uns ein ums andere Mal etwas zu viel vermitteln, was ist aufgrund mangelnder Erklärungen dem Zuschauer oft extrem schwer, mal zu folgen. Allerdings setzt man hier im Gegensatz zur weichgespülten You Are Wanted-Serie erfolgreich auf eine härtere Gangart und beflügelt mit der Berliner Clubkultur ein seriell zumindest in dieser Form noch fast gänzlich unangetastetes Feld. Wie bereits bei You Are Wanted wurde die Serie von Warner Brothers und der Schweighöfer Firma Panther Leon produziert. Die Idee von Beat stammt von Marco Kreuzpeinter, der auch gleichzeitig Regie geführt hat. Die erste Staffel besteht aus insgesamt sieben Episoden, deren Laufzeit zwischen 54 und 70 Minuten schwankt. Und seit dem 9. November steht euch die komplette erste Staffel zum Streamen exklusiv auf Amazons Prime Video zur Verfügung. Wir können euch diesen rasanten Mix aus actionreichen Verfolgungsjagden, Berghain-Feeling und düsterer Crime-Atmosphäre absolut ans Herz legen und sind daher extrem gespannt, was ihr von dieser neuen deutschen Produktion haltet. Schreibt euer Urteil oder was auch immer euch hierzu auf der Seele brennt, bitte unten in die Kommentare. Wir stehen bereits in den Startlöchern und sind heiß darauf, mit euch uns darüber auszutauschen. In diesem Sinne euch noch ein entspanntes Wochenende und möge der Stream mit euch sein. Bis bald!